Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele, lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch mal sehen, was der Tag für dich bereithält. Und das fängt auch gleich an mit dem Herzchakra. Das ist sehr interessant. Dein Herzchakra meldet sich. Zeit für Herzöffnung. Die Liebe zu dir selbst, aber auch zu anderen. Sende grünes Licht zur Reinigung in dein Herz. Ja, hier geht es natürlich sehr stark darum, nicht nur dein Herzchakra wieder in den Flow zu bringen, sondern dir ganz klar zu werden, was so deine nächsten Schritte im Leben sein sollen. Es geht nämlich hier tatsächlich um wichtige Entscheidungen, die bevorstehen und mit denen du dich noch so ein bisschen, ja, hin und her, ja, wie soll ich sagen, streitest. Das ist der falsche Begriff. Aber du versuchst die für dich perfekte. Diese wichtige Entscheidung soll dir natürlich aufzeigen, dass du Klarheit in deine Herzensebene bekommst, was in letzter Zeit nicht gefehlt hat, sondern immer wieder so ein bisschen blockiert war. Die Klarheit für deine Herzensebene gibt dir eben dein Fundament, dass du dich selbst nicht mehr geiselst. Also nicht immer wieder probierst, jede Schuld auf dich zu nehmen, nicht immer wieder versuchst, dem Außen die ganze Kraft zu geben und dir selbst dabei die Kraft zu rauben, sondern dein Herz bei dir entfalten zu lassen. Und das gibt auch einen wichtigen Punkt hier für deine klare Sicht im Leben. Ja, also nicht nur Wünsche und zukünftige Situationen werden dadurch geborgen sein, sondern du begibst dich hier raus aus diesem Umweg oder dieser Achterbahnfahrt, die dein Leben immer, ja, gezeichnet hat, sondern du gehst jetzt in den geraden Weg. Du gehst in den Weg deiner Fülle, deiner Herzenswünsche, der Klarheit. Also du weißt jetzt auch ganz genau, was dir Spaß macht, was du willst im Leben und tust die Negativimpulse sehr, sehr gut abstreiten. Dein Herzchakra freut sich darüber. Avatar Zeus haben wir mit dabei. Du bist mächtig und selbstsicher. Nimm deine Aufgaben an und du wirst erfolgreich sein. Auch hier, wenn du die wundervolle Kraft dir schenkst, die du den Außen immer schenkst, wirst du merken, Selbstsicherheit kommt zu dir zurück und das geht heute in einem Heilungsprozess mit sich, ja, mit dem Herzchakra, nämlich die Selbstsicherheit zeigt dir schon Erreichtes schneller auf und dadurch bist du natürlich stolz auf dich. Etwas, was du auch in letzter Zeit hast ein bisschen schleifen lassen, diesen eigenen Stolz zu entwickeln, ja. Es ist nicht schlimm, sich selbst auch mal positiv hinzustellen. Du wirst aber merken, durch diese Klarheit auch für deine Taten, die du die ganze Zeit vollbracht hast, kommt auch die Stärke wieder in dein Leben. Und ja, die nächsten Schritte, die wohl jetzt rein beruflich gesehen hier auf dich warten und auch was das Thema Umzug oder Umgewöhnung des Umfeldes betrifft, da hast du jetzt auch wieder mehr Elan für. Du wirst auch spüren, dass sich diese Situation in deinem Umfeld, in deinem Wohnumfeld, jetzt stark verändern wird, weil jetzt eine neue Ära auf dich zukommt, nämlich die Ära deiner Fülle, deiner Glückseligkeit. Nicht nur auf Liebesebene oder finanzieller Ebene, sondern auch deiner Vergangenheitstechnik. Also die Vergangenheit wird dir auf einmal nur noch positive Impulse entgegenwerfen, obwohl da noch ein paar Wunden sind, die verarbeitet werden. Aber das ist gut, weil du gibst damit Selbstanerkennung zu dir. Fülle-Magnet, das haben wir doch. Wundervoll. Richte den Fokus nicht auf das, was du nicht hast, sondern auf das, was du hast. Und das machst du heute enorm. Wofür kannst du dir gerade dankbar sein? Nichts ist selbstverständlich. Alles um dich herum ist ein Geschenk. Richte ab jetzt deinen Fokus aktiv weg vom Mangel hin zu Fülle. Schaue dich um und zähle 10 Punkte auf, die gerade Fülle um dich bzw. in dir stehen. Diese 10 Punkte, das ist nicht nur heute eine wichtige Aufgabe für dich. Das solltest du jetzt mal ein paar Tage, mindestens 2-3 Wochen mal für dich führen. Das ist jetzt kein Tagebuch, sondern so diese jeden Tag 10 verschiedene Punkte zu finden, worauf man stolz ist, wofür man dankbar ist, was man erreicht hat. Das ist der wahre Fülle-Magnet, weil das ist Manifestation auf drei Ebenen. Nämlich die Manifestation deiner Gedanken, die Manifestation deiner Tat, in dem du schreibst und die Manifestation deiner Augen, in dem du es liest und somit auch visualisierst. Das ist eine schöne Methode, um dir selbst diese Klarheit immer wieder darzulegen. Also die Klarsicht heute für dein Leben, die Klarsicht heute für deine Ist-Situation, die kann schöner nicht sein. Weil du dich auch nicht von negativen Zwischenfällen vom Weg abbringst heute. Heute zählt für dich nur deine Entscheidung. Und diese Entscheidung soll natürlich klar in deine Stabilität gehen, geht sie auch, weil du, ja, auf gut Deutsch die Schnauze voll hast von der ganzen Heuchelei im Außen. Und da haben wir noch Seraphim Jamuel. Die Schwere fällt von dir ab, Leichtigkeit beflügelt deine Vorhaben. Auch hier, du wirst jetzt immer mehr bestärkt und auch, ja, so ein bisschen in eine Richtung geschubst, wenn du die ganze Zeit schon für dich was geplant hattest, aber aus irgendeinem zweifelhaften Grund, den du wieder abgelegt hast, heute ist der richtige Impuls dafür, dem mal nachzugehen und dich somit auch frei fühlen zu können. Und das Schöne daran ist, die Tatkraft geht sofort mit auch hier deiner klaren Sicht einher. Ja, und es gibt dir natürlich dann die Form der Leichtigkeit wieder, dass nichts zwischen deinen Gedanken steht, dass du nicht wieder diese Gedankenspirale hast, ist es gut, ist es schlecht, sondern wertfrei deine Themen weiter folgen kannst. Ja, Solarplexus noch mit dabei. Dein Solarplexus meldet sich. Bringe deine Kraft in die Welt. Wie steht es um deine Selbstwertgefühl und die Beziehung zu dir selbst? Sende gelbes Licht in deinen Solarplexus. Ja, das wird dir am Abend nochmal ganz stark aufgezeigt werden, dass du diese Fürsorge für dich selbst, die wir vorher schon genannt hatten, dass du die lange hast schleifen lassen und somit natürlich keine Wellness-Oase für dich selbst warst, das jetzt aber wieder entwickelst. Und durch diese Entwicklung zu dir selbst gibst du dir einen großen, großen Berg an Glücksgefühlen, dass sie für die nächste Zeit auch mal ausreichen werden. Sehr, sehr schön. Avatar Tamura, finde deine innere Ruhe, Harmonie kehrt zurück in dein Leben. Das ist natürlich etwas, was man jetzt gerne und dankend annimmt. Die Problematik daran, am ersten Satz, finde deine innere Ruhe, hängt halt stark davon ab, ob du hier deine Gedankenspirale auch wirklich ruhig stehen lässt. Die Harmonie kommt nämlich nur in dein Leben zurück, wenn du dir das auch gönnst. Also denke heute öfters an dich, denke öfters, dass dein Herz für dich entscheiden kann und du dadurch natürlich einen großen Schritt für dein Leben und dein Glück getan hast. Und das hast du dir richtig verdient. Und hier gibt es noch ein kleines Bild, was du bei mir buchen kannst, wenn du es willst. Ist in der Aktion gerade. Ich würde mich auf dich freuen. Alle Links von mir findest du unten in der Infobox. Bis morgen.